So, wir haben jetzt 20 vor 8. Ihr seht ja, die Wartungsarbeiten sollen erst um 8 losgehen. Wir sind noch im Game drin, aber wenn wir auf Spielersuche gehen, dann kommt folgendes. Fehler bei der Spielersuche. Bedeutet eigentlich, es geht also gleich los, alles geht offline. Ja, mein Chat sagt gerade auch noch, wir haben noch 16 Minuten. Lukas, Grüße gehen raus. Aber wir können hier machen, was wir wollen. Aber macht euch keinen Stress. Es ist normal, die letzten Runden werden jetzt einfach mal runtergefahren. Es kommt keiner mehr ins Spiel rein. Ich war auch gerade mal in der Kreativrunde, aber da bin ich dann rausgegangen, weil der nette Julien gesagt hat, geh mal eine Runde rein. Das war es nämlich dann an der Stelle auch komplett. Also, einfach warten, bis die neue Season anfängt. Ich bleibe so lange live, mal gucken, was wir in der Zeit so lange machen. Halt immer wieder versuchen reinzukommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, bleibt entspannend. Die neue Season wird kommen. Und in dem Sinne, haut rein.